Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute geht es mit Kevin mal wieder, kennt ihr aus dem letzten Vlog schon, zum Turbo Day nach Esslingen. Das ist hier bei Stuttgart und wir schauen uns heute da ein paar Autos an, versuchen selbst unser Auto da irgendwie günstig zu positionieren. Es ist ein großes Saisonende-Treffen, also jetzt ist ja gerade so Richtung Winterzeit, worauf wir irgendwie alle keinen Bock haben. Und die haben sich gedacht, wir machen jetzt einfach mal Platz für 2000 Autos am Neckar Center und lassen die da so ein bisschen Spaß haben. Vielleicht filme ich dazu ein bisschen was, vielleicht kommt dazu nochmal so ein extra Cinematic irgendwas Video, so wie ihr das halt kennt. Da habe ich irgendwie richtig Bock drauf und ja, wenn ich irgendwas vor die Kamera kriege, irgendwas cooles, kommt es in das Video rein. Das ist kein extra Video, also nicht für den Kanal hier. Ja, ich hoffe das wird ganz cool. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit und diesmal richtig Vlog mäßig und nicht nur so ein, ich labere ein bisschen in die Kamera Krams. Also, auf geht's! Also, auf geht's! Wir fahren jetzt noch nach Böblingen und zur Motor World, weil da geht's nämlich auch noch weiter. Also, da soll auch noch ein bisschen was sein. Wir sind es allerdings nicht. Wir fahren jetzt einfach mal hin, wir haben mehr Zeit und mehr Volk. Naja, bis später auch! Naja, bis später auch! Ich bin gerade am Schneiden von diesem Vlog und da ist mir aufgefallen, ich habe ganz vergessen, diesen irgendwie zu beenden. Das ist der letzte Clip, den ihr gerade gesehen habt wahrscheinlich und ja, wie gesagt, ich habe einfach vergessen, nochmal was aufzunehmen. Es war nicht so gut wie erhofft, zumindest nicht bei dem Turbo Day in Esslingen. Innen auf der Motor World war es nochmal richtig cool. Da waren ein paar coole Karren und der R32 war bisher so mein Favorit vom ganzen Tag. Ich bin ein ziemlicher Fan von dem Auto. Aber gut, was ist denn euer Lieblingsauto? Sei es Supercar, sei es JDM, sei es Muscle. Lasst mich es wissen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Vlog irgendwann. Bis dahin. Ciao.